Jo, hey Leute, hier ist wieder One-Piece-Horetiker am Start mit einem neuen One-Piece-Theorien-Video. Und zwar geht's heute ganz schnell, ganz knapp, wirklich, es ist ein Video, es ist kein Livestream, was ist los? Es geht hier ganz kurz um Kaido und seine Soan-Teufelsfrucht und ja, die Theorien, die da momentan kursieren und sowas alles und meine Meinung dazu. Und ja, eigentlich ist das ganz easy, busy für mich persönlich gesagt. Klar, kann sein, dass ich total daneben liege, das werden wir sehen in den nächsten Chaptern wahrscheinlich im Manga. Und zwar ist es so, Kaido ist ja ein Drache und ich will gar nicht darüber spekulieren, was für ein Drache, Elementdrache oder keine Ahnung, was da für, was da überlegt wird, was für Drachenform. Es wird ja auch gesagt, vielleicht ist das so, Kaido ist so eine Art, wurde damals gesagt, so eine Art irgendwie Wasserdrache und Momonosuke ist so eine Art Feuerdrache oder so. Also ja, da gibt's halt Legenden zu und so, keine Ahnung, so viel möchte ich gar nicht darüber quatschen, weil letzten Endes, das weiß ich nicht, das können wir nicht wissen. Auch das, was ich sage, können wir nicht wissen, aber meiner Meinung nach gibt's zu dem, was ich jetzt sage, aber Indizien. Ja, und deswegen komme ich jetzt mit dieser kleinen Theorie und zwar, ähm, es wird gesagt, Kaido hat ja seine normale Form und seine Drachenform und wir freuen uns alle auf die fucking Hybridform, ja, wie krass da abgehen muss, ja, wie da aussehen muss. Sieht ja dann immer noch aus wie Kaido so als normaler Typ, so ein bisschen krasser oder so, ja, keine Ahnung und es ist ja auch so momentan, zumindest geht's mir, aber ich weiß auch, es geht auch anderen Leuten so. Also diese Drachenform von Kaido ist doch total unpraktisch. Der ist riesengroß, total angreifbar und irgendwie fehlt da, finde ich, so seine Skill-Möglichkeiten so, ja. Also er hat halt diesen Blast, ich weiß gerade nicht genau, wie der heißt, der wurde ja von Kinemon aber jetzt sogar schon letzten Endes, ähm, verhindert sozusagen. Also der hat ja sozusagen einfach durch seinen Schwert, ähm, Stil einfach wirklich die Fähigkeit, seinen Angriff komplett auszulöschen. Ja, und, ähm, deswegen letzten Endes, die Drachenform ist total useless. Also wollen wir die Hybridform und die muss mega krass sein. Und da komme ich jetzt genau zu dem Punkt, was ich sagen möchte. Und zwar, ich glaube, es gibt ja keine Hybridform. Ich weiß es nicht, ja, ganz ehrlich, aber ich glaube, es gibt keine. Ich glaube mehr, dass seine Teufelsfrucht, ja, ihn in einen Drachen verwandeln lässt, weil dieser vielleicht einen krassen Effekt auf ihn hat, ja, einen krassen Effekt auf seinen Körper hat. Er hat möglicherweise eine Art Regeneration oder sonst was, die er auch vielleicht, oder diese Drachenhaut, die er dadurch hat, die ihn so unverwundbar macht oder so, ja. Keine Ahnung. Das ist eher meine Theorie. Und dass seine normale Form dann seine normale Kampfform ist. Ich kann verstehen, man möchte vielleicht noch mehr. Man möchte einen geilen neuen, äh, optischen Stil haben, also ein neues Design von Kaido haben. Vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen agiler und sowas alles, ja. Nicht so klumpig, aber ich glaube, so ist er. Ich glaube, das ist es. Ich kann mir vorstellen, er hat vielleicht, ähnlich wie Big Mom, die ja auch komplett anders aussehen kann, wenn sie Hunger hat, hat Kaido vielleicht auch eine andere Art und Weise noch auszusehen. Wenn er richtig wütend wird, vielleicht, wird er vielleicht, dann dampft er, keine Ahnung. Hey, wir haben bei Sanji, dass er aussieht wie ein Super Saiyajin, ja. Ja, wir haben, ähm, Zorro, der dann sein Stirnband nimmt und, keine Ahnung, durch seine Attacken auch ein bisschen anders aussieht manchmal, ja. So mit den zwei Köpfen, die links und rechts bei dem waren. Ähm, ja, da hatten wir schon, ach, der hat fast, wir haben so viele Charaktere noch so einen anderen Stil, ja. Einfach durch ihre, durch ihre Angriffe und sowas alles oder, keine Ahnung, durch ihr Training, was die sich angeeignet haben. Kann ich mir vorstellen, klar, dass er dann nochmal ein bisschen anders aussieht, aber nicht durch seine Teufelskraft. Weiß ich nicht, glaube ich aber. Ähm, wie komme ich da rauf? Eigentlich macht es ja Sinn, Kaido so als Hybrid-Drache schon krass, wird es so geil sein? Aber ich glaube es nicht, weil, ich habe mal überlegt, welche mystischen Soan-Teufelskräfte haben wir noch? Mir sind gerade nicht alle eingefallen, mir fallen aber zwei, ein und zwei einmal der Buddha und einmal der Phönix. Und haben die eine Hybrid-Form? Also ganz ehrlich, Marco müsste doch schon längst eine Hybrid-Form haben und hätte die doch damals bei Marineford angewendet, angewandt, angewendet? Wenn er eine gehabt hätte, dann hätte er doch definitiv zu 100% irgendwas da gemacht. Aber er ist ja entweder Marco gewesen, ganz normal, oder der Phönix. Und was hatte der als Phönix für einen krassen Effekt? Also klar, er konnte fliegen und er konnte heilen, regenerieren. Was er ja, denke ich, jetzt auch sogar in seiner normalen Form, also als normaler Marco, auch irgendwie vielleicht hat so diese Kraft, dass er da irgendwie so diese Phönix-Flamm herbeirufen kann oder so, keine Ahnung. Aber letzten Endes, er hat keine Hybrid-Form gehabt. Nicht, dass ich es jemals gesehen habe oder irgendwie im Kopf habe. Jetzt der Buddha, Marineford, genau dasselbe. Klar, Sengoku oder Sengok wollte sich so ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, er war mehr so der Repräsentant und nicht der Kämpfer jetzt da. Dennoch musste er ja mal eingreifen und hat sich zum Buddha verwandelt. Aber es gab ihn jetzt nicht als kleinen Sengok, aber ein golden bisschen Buddha-Style, dass er rumläuft und vielleicht so voll wie so eine goldene Rüstung hat und so voll, wenn er draufhaut, so ähnlich wie Haki einfach alles wegballert. Gab es nicht. Weil ich glaube, dass diese mystischen Sohanfrüchte vielmehr durch ihre Effekte, die diese Teufelskraft mit sich bringt, irgendwie glänzen. Beim Buddha weiß ich jetzt nicht, was sein so großer Effekt war. Also wir kennen ja seine Kraft gar nicht. Also letzten Endes als Buddha, also ich finde, diese Teufelskraft, die er hatte, war ja mega krass. Ich finde, so Buddha, das hört sich schon krass an, ja. Letzten Endes war es aber jetzt nicht heftig. Also ganz, ganz ehrlich, wenn ich an Marineford zurückdenke und an Sengok denke, denke ich mir ja letzten Endes, was hat er gemacht? Nichts. Ich glaube aber, es war auch nicht sein Ziel, ja groß was zu machen. Von daher wissen wir aber gar nichts über seine Teufelskraft. Aber er hat uns keine Hybridform gezeigt. Jetzt seid ihr dran. Wenn euch noch irgendwelche mystischen Sohan-Teufelskräfte einfallen, sagt mir mal bitte, ob ihr euch daran erinnert, ob es eine Hybridform gab. Ich. Mir fällt keine ein, ganz ehrlich. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war es nämlich, das war es tatsächlich schon mit meinem kurzen Video. Es geht einfach darum, dass meine Theorie besagt, dass Kaido keine Hybridform hat, die wir alle uns erhoffen, sondern dass er die Drachenform hat, die ihm vielleicht einen geilen Effekt gibt. Und durchdringbare Haut und so, auch im normalen Modus. Ja, er kann sich zwar in den Drachen verwandeln, weil es halt eine Sohan-Frucht ist, aber letzten Endes hat er dadurch diese krasse Haut, ja, und seine normale Form. Und das war es. Tatsächlich. So, in dem Sinne, meine Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.